Also, bei mir steht die Karriere an gewisser Priorität. Das läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist jedes Mal so. Warum nur? Ich versteh's nicht. Viereinhalb Jahre hab ich alles für sie getan. Und dann verletzt dich. Und getrübe ich mit diesem Rockstar-Job. Hi, ich bin John. Um 18 Uhr will ich mein Essen auf dem Tisch. Du wohnst bei mir, dafür erwarte ich einen Picobello-Haushalt. Du bist aber ja ne süße... Dracamella. Ich war nervös. Ich meine, wenn du willst, kannst du auch mit auf Tour kommen. Was hältst du davon? B.O.B. Welches Level? In deinem Handy gibt's nur noch eine Nummer. Meine. Ja? Wo guckst du gerade hin? Magst du Strohhelme? Ich liebe sie. Genauso wie Tierkadaver. Okay, okay, okay. Hm, komm her. Und dann hab ich diese RIP gespielt. Weißt du? Wow, 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 wow. Ah, Moment mal. Moment mal. Ja? Ja. Danke. Mistfoter Vritalin! Hör auf zu reden. Wollen wir vielleicht Frösche zum Platzen bringen? Null, null. Was kannst du so? Ich weiß auch gar nicht, was man da so sagt. Die muss man jetzt zahlen? Zahlt man direkt oder irgendwie Bar oder so? Das muss reichen. Ich hab das noch nie irgendwie so gemacht. Kumpel meine ich sollte lockerer werden, aber... Der ist ein Chinesisch. Er ist ein Chinesisch. Der ist ein Chinesisch. Der ist ein Chinesisch. Und er ist nicht das, man. Da tips for mich das und immer ein bisschen zu sein. Das Harrierts. Und er ist ein Chinesisch. Ja? Und du bist. Du bist nicht. Du bist also ein Chinesisch. Ja?